servus und einen wunderschönsten guten tag wünsche ich euch heute falls ich ein bisschen in der kappe wirke dann liegt das einfach daran dass ich gerade vor dem drei stunden langen spaziergang mit den senherse i900 um die es heute geht zurückgekommen bin und ich noch ein bisschen in der kappe bin also ich schwebe noch ein bisschen auf wolken 9 habe noch ein paar endorphine zu viel in mir und so weiter und mein ohren klingeln möchte ich kurz allerdings noch über eine sache zu sprechen kommen ich habe pro jahr das habe ich ein paar wieder schon meine vergangenheit gesagt maximal so eine handvoll an absoluten highlights also geräte die auf die eine oder andere art einfach was besonderes irgendwie aufweisen was andere geräte eben nicht haben und oft komme ich nicht mal pro jahr auf diese fünf stück aber obwohl es wir jetzt erst mitte mai haben natürlich noch ein halbes jahr vor uns haben kann ich jetzt schon absolut felsenfest sagen dass das nicht nur eins meiner highlights ist sondern das nonplusultra mega highlight masterpiece und ich hoffe ich habe da jetzt nicht ein bisschen das übertrieben scheiden lassen aber es ist wirklich so das ist so besonders wie es in den acht jahren youtube in denen ich das jetzt hier mache glaube ich die letzten drei wochen seit ich die kopfhörer habe einfach noch nicht erlebt habe was genau ich damit meine dazu komme ich gleich noch möchte ich allerdings noch klar stellen ich habe die kopfhörer von sennheiser wahnsinnigerweise überlassen bekommen nachdem ich meinem kontakt gesagt habe wie wahnsinnig gut ich sie finde und wie gesagt waren sie nicht genug dass sie mir überlassen kann ich das gar nicht ganz nachvollziehen aber domo arigato simon und sennheiser der kono baka hier ist überglücklich dass ich die habe und eigentlich habe ich sogar schon überlegt ob ich meinen medien rabatt den ich einmal pro jahr nutzen kann hier einfach mal flexe weil wir kommen dazu noch wenn es um den sound geht aber ich möchte jetzt eben noch ein bisschen und also unspannenderen part kommen überblick und so weiter kurz auch ein paar worte sagen zum e 300 denn vermarktet oder so wie ich es eben in den ersten sprüchen mitbekommen aber werden die e 900 eben als eben weiterentwickelter treiber breitband treiber des e 300 die e 300 habe ich auch schon getestet vor knapp über zwei monaten auch für geld absolut geiles teil und so weiter und so fort aber ich dachte wenn es ja nun weiterentwickelt ist es ist fast schon schlechtes marketing eigentlich sollte man eher sagen man hatte den e 900 und dann so leicht down gegradet und das ist dann der e 300 wollte ich das video im prinzip auch so ablaufen lassen indem ich euch sage ist der hier 1000 euro mehrwert mit 1300 eben als der hier mit 300 spätestens nach fünf minuten die ich den im ohr hatte hat sich die sache erledigt das ding ist teuer gebe ich absolut zu aber wenn euch guter klang wirklich eben das geld wert ist dann kriegt ihr hier was eben mehr als was nur an klang zurück emotional und natürlich kann das allerdings auch damit zu tun haben wie es einem gerade eben psychisch geht ob es in der richtigen zeitpunkt des lebens ist und so weiter weil bei mir lief die letzten monate nicht alles rund und der der hat mich das alles vergessen lassen und wir kommen dazu noch jetzt erstmal kurz zum überblick das wäre hier die tasche vom 900 des von ihr 300 oder seit es mal vergleich und wenn ich mich täusche sehen die leicht anders aus weil die wirkt ein bisschen ja klobe wird auch ein bisschen billiger und ihr habt hier besonders eben bei dem e 900 auch noch eine serie nummer also eventuell sind die irgendwie limitiert platztechnisch finde ich die tasche eigentlich okay aber nur wenn ihr halt nicht die ganzen kabel nutzt die ihr eben aber hier bekommt denn ihr bekommt hier nicht nur ein kabel nicht nur zwei drei nicht nur vier ihr bekommt drei und zwar einmal eins das bisher noch nicht genutzt habe und zwar wäre dessen balance kabel mit wir schon sinken 4,4 millimeter pentacon so anschluss habe ich aber ich habe mir am meisten sowieso portabel genutzt und dann fand ich halte das kabel genial dass ich auch momentan gerade nutze an meinen mobilen geräten das wären 2,5 verbalanced aber es gibt da noch und das benutze ich gerade eigentlich zum gaming weil der kopfhörer wahnsinnig gut auf das gaming funktioniert ebenen 3,5er ganz normal die kabel selber allerdings sehen von der qualität eigentlich dem e300 zum verwechseln ich also ob dann wirklich unterschied das weiß ich nicht ich sag mal die sind gleich die kabel finde ich okay ich habe teilweise in der vergangenheit noch besser allerdings von wenigen marken gesehen die irgendwie ich würde nicht sagen dass deren eigenleben hat aber was stört das werde ich nachher noch zeigen wenn ich ihn auf das hier passiert jedes mal ich verstehe nicht wieso ich den kopfhörer nicht so enden lassen kann jedes mal überkreuzt dass ich dieses eine mal aber ja das ist ja meckern auf höchsten niveaus kabel ansonsten ist allerdings schön angenehm also ein bisschen verdreht sich gerne eine komische richtung aber ihr seht ja schon es bleibt gerade also es verknotet sich nicht das ist eigentlich noch viel wichtiger dann gibt es eben noch diesen ohrenbügel das ist allerdings generell so eine sache das mag man entweder oder man mag es halt nicht ich muss sagen hier komme ich so gut klar wie mit jemanden wie mit keinem anderen aus der folgenden grunde dass die ohrstöpsel und davon bekommt ihr übrigens im lieferumfang 600 zahl also dreimal form und dreimal silikon und das besondere ist an denen die liegen irgendwie im ohr nur auf dem ohrkanal auf ohne allerdings eben diesen dieses druckgefühl auszulösen dass man irgendwie den also man spürt im prinzip nur das ohrbügel und manche leute empfinden das ja gerade als brennträger sowieso nicht störend aber das ist nicht der grund weil ich habe mir nicht umsonst die augen lesen lassen dass ich kein bügel mehr tragen muss aber auch das ist wirklich das spürt man nahezu gar nicht ansonsten verarbeitung wenn wir das mal kurz vergleichen also hier wirkt deshalb wir haben ja dieses marmor design wie die hd 600 ja schon hatten also das ist denke ich mal eben kunststoff und hier haben wir es eben denke ich mal mit aluminium zu tun so sitzt zumindest aus wirkte dadurch ein bisschen edler aber ja so welten welten beraubend ist oder welten bewegend ist es jetzt auch nicht ansonsten gibt es noch diesen splitter und ja ich würde sage ich diese jetzt einfach mal auf und kommt zum komfort und das aufziehen relativ easy und die kopfhörer sind eigentlich wirklich schön dezent ja ihr seht schon hier jetzt ist es ist so halber verdreht aber glaubt mir es wird dem wird noch passieren aber ansonsten seht ihr schon die stehen eigentlich nicht heraus man sieht nur die bugle ein kleines bisschen und das coole bei denen ist halt dass ich einfach dieses silikon ohrdruck gefühl nicht habe die liegen halt wirklich hier nur an aber sie schließen ab ich habe es auch mit den kleineren tipps probiert die mittleren waren am ende die besten weil die kleinsten saßen tiefer und dann habe ich das gespürt die hier sitzen bei meinem ohr zumindest idealerweise einfach nur drauf werden eben dadurch dass der bügel ist einfach entlastet deswegen spürt ihr das minimale gewicht sowieso nicht und die liegen super angenehm wenn ihr das dann schön fest ums ohr macht dann sitzen sie auch absolut sporttauglich also sie rutschen nicht wirklich raus sie sitzen leicht angenehm und haben allerdings eine überdurchschnittlich starke isolierung wobei allerdings noch natürlich weil das müsste ich einfach so erwähnen denn bei manchen ohr hören habt ihr einfach das gefühl dass ihr körperschall mitbekommt und ihr habt hier ein bisschen kabel feeling das er hört allerdings nicht wenn musik läuft aber ihr habt hier nicht diesen körperschall den ihr hört oder so weiter das ist ansonsten alles wirklich sehr sehr schön wirklich sehr sehr angenehm und das wäre es ich finde es ein bisschen unangebend auf daumen den zu reden deswegen nehme ich sie mal raus und wir kommen jetzt zum antrieb vorwiegend habe ich sie mit was ziemlich günstigen benutzt das wäre der ihr studio es 100 es kostet gerade mal 100 euro und wenn jetzt einer sagt ich habe 1400 euro budget natürlich zufälligerweise dann würde ich echt sagen kaufte die 1300 euro koffer und kaufte das 100 euro ding das reizt den klang nicht komplett aus aber so gut dass ich mit also 25 und eben mit einem clean sound mega die leistung bekommen habe gerade mit dem balance kabel aber auch mit 35 kein problem die sind würde ich mal sagen nicht allzu anspruchsvoll also ihr braucht da nicht unnötig viel power aber ich habe gemerkt wenn ich zum beispiel auf den i5x ken gewechselt bin oder dann auf den i5 als die micro signature gibt er dem noch mal cleanere power noch mal ein bisschen mehr leistung an sich dann klingt die ganze sache einfach noch mal ein bisschen definierter bisschen strukturierter die bühne klingt noch mal eben spektakulär definierter aber das macht er halt er skaliert schön nach oben wenn ihr was besser sagt aber für mich eben wirklich super weil gerade unterwegs und beim spazieren gehen gibt es gerade nichts besseres als diese kombo für mich das ding ist super klein hält ewig und reicht klang nicht weil er nutzt schon sehr sehr viel aus jetzt kommen wir zum klang und zum ersten absoluten schon highlight wobei im prinzip ist jedes einzelne das wäre die soundstage denn habe ich bei den i300 mit denen ich den kopfhörer eigentlich vergleichen wollte wo ich allerdings aufgeben musste weil ich habe gemerkt der 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 unterschied ist zu groß aber ich kann es ab und zu mal kurz erwähnen hatten wir das problem oder nicht das problem aber der i300 war im prinzip so und dann ging die bühne nach vorne es gab da nicht wirklich viel nach hinten und es gab auch nicht wirklich viel tiefe das ist hier komplett das gegenteil wir haben wir erstens mal eine bühne die irgendwie einfach weiter also fast schon offen auch und das hat mich überrascht beim geschlossen aber eben holographisch wirkt das ist auf einer hat auf jeden fall spektakulärer aber vor allem atmosphärischer plastischer und eben dieses dreidimensionale habt ihr hier jetzt fragte ich warum dreidimensionale musik kommt ja von vorne soll das nicht nur von vorne sein ja aber hört ihr mit lautsprechern in einem raum habt der reflektion von hinten und wer kommt deswegen auch von hinten und das kann dieser kopfhörer das ja eigentlich nur hier drin spielt so beeindruckend eben vermitteln dass ihr eben überall klang hat also nicht nur rechts links nicht nur vorne hinten sondern eben auch oben und unten was eben gerade bei spielen zu denen ich gleich noch komme absolut also dieses wohlbefühlte dieses mitten umringte mit drin gefühlt das ist ein riesen das ist also wahrscheinlich mit der größte unterschied zum e 300 aber nur einer der vielen ansonsten die dynamik hammer also wirklich ultra lebendig mit reißen aber auch eben nie belastend oder zu extrem oder irgendwie anstrengend oder so weiter jetzt komme ich kurz zum gaming weil es viele sagen 1300 in ihr geht man nicht mit und so weiter eventuell nicht ich habe da nichts mal probiert einfach der vollständigkeit halber und ich muss sagen das ist gerade mein go to ding weil ich benutze gerade für racing games und so weiter das feeling durch die atmosphäre eben also durch diese bühne kommt so einfach genial und deswegen ist er eben auch geil zum beispiel gerade für die drei minimalität die er eben im shooter braucht ihr habt natürlich jetzt eben die obbarkeit sowieso also hier bekommt ihr alle kleinsten details wobei jetzt weniger eben um fokus gelegt wird auf diese nebengeräusche die sind zwar hörbar aber ihr seid eher davon abgelenkt weil ihr so viele andere details mitbekommt und es wird eben nur fokus auf das wesentliche wie schüsse geräusche und so weiter wahrgenommen und das andere nimmt man eher so unterbewusst war aber eben durch diese ortbarkeit das genial ist zum beispiel das ist einer der wenigen kopfhörer wo ich durch wände hören kann und ich meine jetzt nicht nur eben die gegner durch die wände sondern ich weiß da ist eine wand dazwischen da ist der gegner ungefähr also ich kann wirklich super alles dazwischen spüren und wenn ich von spüren rede dann meine ich das weil der bass geht sehr sehr tief wobei ich sagen muss ist es kein dieser also für actionspiele wuchtiger voluminöse basse ist eher straff in der richtung aber er hat nicht diesen extrem harten punch aber das ist ein faden verloren aber ich würde sagen er ist eher richtung e-sports als jetzt casual gaming weil halt eher weniger wert liegt auf dem krach bumm spektakel und so weiter passt der bass ist zwar da aber er ist halt nicht geboostet also das coole bei dem was ja genau das habe ich gemeint bei sehr tiefen frequenzen das geniale ist ihr spürt den bass und eben dadurch dass das vibriert aber ihr erinnern nicht mal hört denn was war ihr wisst ja tiefere frequenzen spürt man als man sie hört und teilweise habe ich sogar im hals vibrieren hört und gerade bei bestimmten explosion in der ferne wo man es eben auch spürt wahnsinnig geil aber wie schon gesagt auch für racer weil eben ihr wirkt also es wirkt wirklich als ob ihr im auto sitzt aber eben sehr sehr realistisch aber ihr fühlt euch jetzt auch nicht eingeengt ihr habt ihr nicht dieses so dieses klaustrophobische gefühl eine sache die muss ich jetzt klarstellen ich muss mich korrigieren beim i300 test denn ich war mir das nicht bewusst als bevor ich die beide noch mal verglichen habe dass ich sagte in dem i300 test der wäre leicht basstechnisch angehoben leicht von den höhen mittlerweile sehe ich das relativ anders denn ich würde sagen der i300 ist definitiv ordentlich angehoben im bass und in den höhen fast nicht mal wirklich angehoben klingt der deutlich dunkler und deutlich basslastiger ist der i900 da relativ starker unterschied denn der ist deutlich neutraler deutlich natürlich aber in erster linie wenn ich sage neutraler oder natürlicher meine ich eher entschlackter ohne jetzt irgendwie flach zu wirken also das absolut nicht und der kommt glaube ich schon der harman kurve gerade so bis zu den höhen relativ nah dran in den höhen würde ich sagen hat teilweise eine eigenart zu der ich gleich noch kommen allerdings im positiven sinne aber das ganze die die signatur macht ihn meiner meinung nach ich will das wort fast nicht benutzen aber mainstream tauglich weil ich kann mir nicht vorstellen wer diese klang abstimmung nicht mag denn sie ist super chillig und fordert im positivsten sinne ohne allerdings jetzt belastend zu sein deswegen ist er langzeit tauglich und deswegen ist es genial hier er ist spritzig und smooth zugleich was wie ein widerspruch klingt aber das ist mir egal nächster punkt wäre dass der bass jetzt wenn wir zu den einzelnen kategorien kommen ein sub bass bietet der deutlich noch mal tiefer ist als der i300 aber halt weniger betont aber er hat einen hammer tiefgang und das geniale eben ist dieses subtile nachschwingen wo ich fast sogar letztens bemerkt habe dass das nachschwingen durch die präzision nochmal ein nachschwingen aufweist allerdings ist das jetzt nicht irgendwie dazu erfunden oder so weiter das ist einfach so viel plastizität an dem bass und dieses nachschwingen das ist eine sache die finde ich einfach irgendwie das verbessert immer das erlebnis wenn es halt nicht irgendwie bui wirkt was hier absolut nicht der fall ist und das ist man sich so direkt manchmal gar nicht bewusst der punch wie schon gesagt straff aber jetzt nicht hart mag ich so auch gar nicht er ist nicht wirklich trocken aber er ist definitiv nicht langsam oder irgendwie sonstiges alles so ein bisschen auf der voluminösen aber sehr sehr sanften aber eben präzisen seite schnell vehement schiebend und so weiter hat eine super auflösung und eben präzision also extrem fein konturiert und auch wieder dieses plastische also man kann fast schon durch den bass durchgreifen ja also auch bass hier und deswegen auch für basslastig musik absolut tauglich natürlich diese tiefbass fanatiker wollen davon mehr aber ihr könnt ihr definitiv noch boosten aber so wie er abgestimmt ist von der präsenz goldilocks und ihr kennt vielleicht goldilocks also der brei nicht zu kalt nicht zu warm es gibt glaube ich noch ihre große schwester das wäre diamond locks wo einfach nochmal alles besser ist und hier ist eben nicht zu viel was nicht zu wenig gerade richtig aber irgendwie auch passend zur musik jeweils immer weil mir kommt vor als ob musik die mehr was benötigen könnte den auch hat und musik die eben mit weniger was besser daher kommt auch deshalb also mir kommt da fast schon vor als ein bisschen magie wo der sich dynamisch anpassen ist wahrscheinlich nicht erfahren aber egal nächster part wäre die mitten körpervoll und original originale pur also so ein natürlicher angenehmer aber eben absolut nicht analytisch oder steriler klang das habe ich zum beispiel bei dem i300 ja noch erwähnt dass der so clean wirkte dass er schon ein bisschen steril wirkte und der wirkte halt so clean dass er sagt wow ist das sauberer klang aber ihr sagt doch nicht so clean dass es steril wirkt dass es irgendwie analytisch wirkt aber eben sehr sehr angenehm man merkt ja dass der hier halt sehr viel eigencharakter und eben harmonie und so weiter beim klang mitbringt also auch wirklich was geniales sind die haben mikrodetails also da ist so viel los bei der musik und jetzt nicht irgendwie was was nicht da ist und es ist nicht so als ob jetzt mit dem direkt geräusche hörte die er mit anderen kopfhörern nicht hört aber es wirkt einfach im positivsten sinne allerdings irgendwie als ob mehr los ist ohne dass es aber als bisher oder über überwältigend wirkt oder ablenken oder sowas es ist aber noch so dieses kleine bisschen extra da dass ihr aber auch wieder eher im hintergrund subtil wahrnimmt und wenn ihr jetzt lieder hört mit egal welchem kopfhörer und dann mit dem dann kommt einfach vor als ob da das leser punkte die mitten kristallklar luftig wie schon gesagt fast seine tendenzieren richtung offen so genial super detailliert ohne zischlaute ohne irgendeine belastung und so weiter mit einer wahnsinns detail ausbeute und das ist eben das bei der detailles wurde was sehr sehr wichtig ist er bekommt diese details ich will nicht sagen zugeschmissen es wird schon fast zu plebs mäßig als ihr bekommt sie auf dem präsentierteller und dann sucht ihr euch aus ob er sie halt ja fokussieren wollte oder ob er sie zur seite legen wollte und so wie das irgendwie hier zur verkostung bereitgestellt wurde ist ich will das wort perfekt nicht nutzen weil ich eigentlich nicht an perfekt glaube aber da ich kein passenderes wort finde sag ich perfekt also die ganze abmischung die ganze qualität der einzelnen bereiche ist harmonie in perfektion anders kann ich das so gerade nicht beschreiben wobei ich auf eine art an der weile auch so beschreiben wollte dass ich sagen wollte der der kopfhörer ist super safe am limit in absolute perfektion und das machte immer auf dem absolut höchsten niveau und ich kann mir eben nicht vorstellen dass das noch wirklich veränderbar besser ist denn jemand der nur halbwegs was von gutem klang versteht der wird das genießen können natürlich geschmack mal außen vor aber weil ich habe überlegt auch wenn ich das thema ja equalizer manchmal nicht unbedingt erwähnen will aber in letzter zeit eben immer öfter weil ich dazu jetzt ein bisschen offener bin gerade nach dem oratory video das ich gemacht habe habe ich mir überlegt mehr bass macht absolut keinen sinn mehr mitten ich will nicht irgendwie dass das dass die stimmen wo ich ja eigentlich bevorzug mag irgendwas von den höhen oder vom bass wegnehmen und genauso auch bei den höhen und deswegen würde ich das auch so lassen bei den höhen müsste ich halt nur wehen vorhin habe ich das ja kurz erwähnt mit diesem leicht dunklen mir kommt so vor also den metal und den rock den ich gehört habe der kam mir tendenziell leicht dunkel vor wo ich mir beim vorfeld eben aufgeschrieben habe dass der aufgeschrieben und dass der fast absolut perfekt neutral ist aber dann ist mir wiederum aufgefallen habt ihr professionell abgeräumt musik also pop und so weiter das hört sich neutral an also im oberen bereich weder schrillt allerdings nie dunkel nie dumm also dumpf hat er absolut nie selbst wenn musik dumpf wäre sagt er nicht ich mache da noch ein bisschen was dazu aber er ist bei rock dadurch sehr sehr angenehm und das was ihn auch so genial macht er klingt auch das ist bei mir was was ich selten mache aber ich habe es eben hier bemerkt bei leiseren pegeln schon sehr sehr eben angenehm ihr bekommt jedem weil eben schon die details oder herbekommen schon bei gering lautstärken alles ab was ihr wollt aber ihr könnt ihr hochpegeln ohne ende bis die ohren klingeln was meinem tinnitus natürlich zugutekommt aber es wirkt nie belastend es wirkt nie zu schrill oder irgendwie unangenehm auf dauer und da ist dieses leichte ich nenne das jetzt mal einfach beim billiard kühl dieses ab polieren mit mit dem mit der kreide oder was immer das ist so kommt es mir davor also die höhen sind gerade bis dahin gegangen und dann so leicht ab poliert worden das perfektion ja und noch mal kurz in ihr 300 der war für schon gesagt leicht steril und der ihr 900 das ist eben der riesen unterschied und das macht für mich absolut den preis gerechtfertigt der strotzt hier vor spielfreude diesem leichten eigencharakter ohne dass er jetzt allerdings irgendwie die musik verfärben und nichts klingt schlecht aber ohne dass es geschwind wird das soll als folgendes heißen es gibt kopfhörer die analytischen wenn schlechte musik da ist dann könnt ihr die nicht genießen aber ich höre eben viel metal älteren rock und so weiter und so fort alternative rock normaler rock hartrock lassen wir mal außen vor ist nicht mein ding und das ist meistens nicht gut abgemischt und mit vielen kopfhörern klingt ist einfach so unangenehm billig da da mag ich die musik nicht aber mit dem klingt es so pur weil das ist eben auch eine sache ich habe ja noch ein paar tagen 1 feststellen müssen und das müsst ihr euch zuerst bewusst sein bei diesem kopfhörer der ist das 9 plus ultra ultimo perfektionisto das heißt das was ihr hört das ist auch so und das hat ja auch für mich eben gerade auf meinen spaziergängen so besonders gemacht weil nach ein paar tagen ich den klang also die musik vom kopfhörer gelöst habe das heißt bei vielen kopfhörern gerade als tester kenne ich das gefühl dass ich einfach ich höre und ich höre zu 90 prozent nur die töne den klang aber genieße nicht die musik und hier nach ein paar tagen weil es ist es ist einfach so ich konzentriere mich nicht mehr so viel auf spezielle eigensachen weil ich weiß der was ist perfekt die mitten sind perfekt die höhen sind perfekt und so wie die musik klingt so klingt es einfach da gibt es nichts könnte da vielleicht ein bisschen heller klingt könnte da vielleicht ein bisschen mehr was gibt es nicht der gedanke ist einfach komplett weg und ihr konzentriert euch nur noch auf das eine einzige ding das wirklich zählt das ist die musik und teilweise ist mir einfach so vorgekommen gerade wenn ich eine weile länger spazier wie schon gesagt da löst sich der geist und körper mir kam es wirklich schon echt bei bei manchen spaziergängern vor als ob ich eine stunde so leicht neben mir schwebe irgendwie auf absoluten high gefühl bin und die musik läuft und ich gar nicht mehr her der sinne bin und dann komme ich teilweise auch wirklich ein bisschen neben der kappe eben wie auch schon heute heim aber ich habe bisher noch keinen kopfhörer gehabt der das geschafft hat also dieses dieses test komplett wegfallen lassen nur noch musik genießen und mehr gibt es da nicht zu sagen für welche musik ist er geeignet killer allrounder also wie schon gesagt von basslastig musik wenn ihr mehr heute boostet wollen aber eben auch also gerade gestern nicht mal wieder fünf stunden hängen geblieben auf akustik und anplagt musik a cappella und so also im prinzip wo sehr sehr wenig los ist aber dieses bisschen kann er euch eben so spektakulär darstellen dass das der hauch einer stimme was so magisches gänsehaut feeling unbeschreiblich also wenn teilweise wirklich es gibt lieder wo stellenweise ja nicht mal instrumente hörbar sind nur noch gesang und dann hört ihr das atmen jede feinste note das kommt dann wirklich sofort ob die sängerin einem wirklich direkt ins ohr mit engelsgesang der reiner aber ansonsten was ich halt auch geil fand super angenehm obwohl bisschen vielleicht verdunkelter aber eben so smooth dass es sanft ist ohne allerdings eben dumpf zu sein metal und rock und so weiter weil sehr 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 angenehm der hat so dieses dieses bisschen extra so rund wirkt runder runde als die musik ich von irgendeinem anderen kopfhörer oder eben lautsprecher kennen kommen wir zu den vorteilen habe ich eine ganze menge sehr guter lieferumfang also mit drei kabeln im case und so weiter wobei natürlich bei dem preis auch zu erwarten dann ein sehr guter komfort also wie schon gesagt dass man den ohrstöpsel selber gar nicht spürt nur das band genial der sitz ist top und ich bin eigentlich kein bügel fan auf dauer wie schon gesagt wegen brillenträger und so weiter und so fort aber bei denen also gerade wenn ich unterwegs bin habe ich gemerkt da merke ich gar nichts für vernötigt wenn ich zu hause jetzt nur auf dem sessel setzten musik gehört dann bin ich ein bisschen sensibel da achte ich ein bisschen mehr darauf weil da weniger ist was mich ablenkt dann haben sie mich manchmal so kurz ein bisschen gestört aber ich bin da auch ein bisschen ja ein bisschen okay weiter geht's mit eben dem relativ leichten niveau zum befeuern also ihr braucht nichts anfordernes aber eskaliert halt schön daneben klingt auch schon bei geringeren pegeln absolut wahnsinnig gut extrem beeindruckende plastische bühne und räumlichkeit tiefenwahrnehmung und so weiter das ist definitiv eins der highlights der alles an alle als schon besitzt ansonsten auch die abstimmung und klang absolut ich will nicht nur sagen referenzklasse das ist ich glaube das könnte man gott hier nennen also was will man besser machen weiß nicht und ich habe schon kopfhörer für drei vier 5000 euro auf messen gehört und dann dachte ich mir so 5000 sorry ich mag musik und ich bin bereit viel dafür zu zahlen aber 5000 sehe ich nicht gerechtfertigt gerade wenn ich auch schon zwei dreitausend euro kopfhörer gehört aber und die irgendwie spektoren also mir hat dieses gewisse etwas gefehlt aber hier für 1300 habe ich das bekommen was ich bei zwei dreimal so teurer nicht bekommen habe und deswegen ist der hier nicht mal absolut überteuert deswegen würde ich fast preis wobei ich nicht machen willst du den vorteilen sehen weil ihr hier nicht so wie versprochen gekriegt weil ich habe auch schon gemerkt gerade viele sehr sehr teure kopfhörer die 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 sind nicht mal gut abgestimmt also ich habe gerade die campfire audio und so weiter die ich mal getestet habe die fand ich viel zu basslastig und wenn eben der klang sehr sehr gut sein kann aber im prinzip alles irgendwie übertönt wird von den besten man hat es meiner meine auch keinen sinn und ich will da nicht viel an vor allem nicht an den so teuren kopfhörer er werde ein bisschen anpassen für meine bedürfnisse was hier nicht mal nötig war ja aber nicht so viel und deswegen ja das ist eben auch mit dem punkt der nächste für mich der mit abstand beste klang abwerk also nicht nur klang erlebnis klang erlebnis und das erlebnis hier sowieso etwas ganz besonderes wegen auch dem super involvierenden mitreißenden lebendigen gefühlvollen gefühlauslösenden klang bass mitten wie auch höhen im prinzip wie schon gesagt perfekt und perfekt heißt jetzt halt 100 prozent gibt es nicht wie wir sagen 99 9 ich gehe so weit ich gehe nicht mal nur 99 weil dann würde ich mir 1,0 übrig lassen so viel sehe ich dann nicht mal ok weiter geht es mit langzeit tauglichkeit bis zum geht nicht mehr also das ist allerdings sogar ein nachteil zu dem komme ich gleich aber bei nicht wirklich ernst geweiht und dann noch das nächste er hat was ganz besonderes dieses gewisse etwas was eben vielen gerade eben dem i300 so gut wie reis einfach fehlt natürlich pur und verfälscht aber trotzdem noch eigencharakter was fast der widerspruch ist aber egal und dann noch letzter highlight episch gänsehaut pur und damit ist alles ein klein gemeint bei naja leicht ist aber eigentlich typisches kabelgeräusch fast sogar nezenter wie manch anderen aber ich müsste ja weh kabel könnte vielleicht noch ein bisschen flexibel sein also vielleicht noch ein bisschen kleinere curves haben wobei dann wird sich vielleicht schon verknoten deswegen ist es vielleicht gar nicht so schlecht dass dieser gewisse radius eigentlich beibehalten wird ansonsten ohrbügel sind generell nicht unbedingt jedermanns sache aber wenn man schon ohrbügel macht dann so eventuell vielleicht noch ein kleines bisschen besser waren die beiden mx talento die haben es geschafft ein ohr also von oben kommen denn zwar ohne wirkliches ohrbügel war auch nicht schlecht und daneben ich gehe jetzt aber naja dahin teuer egal wie geil also es ist viel geld da können wir das nicht absprechen nachteile und die dürfte jetzt nicht ganz so ernst nehmen aber ja wenn ich irgendwie auch ich will nicht sagen auf höchsten niveau sondern auf über höchsten niveau keine ahnung was zu meckern hätte dann wäre es dass das kurze hörsessions im prinzip nahezu unmöglich sind das suchtpotenzial ist wahnsinnig hoch also ich glaube unter drei stunden habe ich hier keine session abhalten können das war so drei stunden war so der durchschnitt teilweise ist auch 45 gar kein thema also ihr könnt nicht einfach mal auf die schnelle hier sagen ich höre mal eine halbe stunde welche musik dabei das packt ja nicht ich möchte nicht wissen wie oft ich angefangen habe wollte dann wenn es nba spiel kommt aufhören und dann gucke ich ganze nba spiel ohne ton und hör musik weiter also das wäre eine sache wie allerdings auch die andere sache und das ist allerdings schon wirklich fast nachteil er verdirbt einem das interesse oder den spaß an anderen kopfhörern weil ich habe da hinten ganzen haufen wirklich guter kopfhörer und ich bevorzuge kopfhörer aber der hier der hat mich von dem glauben abgekommen also jetzt das problem jetzt wird alles an dem hier gemessen egal was ich jetzt gutes ansetzen mir ja okay aber okay weiter geht's fazit das kann ich relativ kurz halten wobei ich könnte es auch lang ziehen so weit wie ich will werde ich vielleicht auch noch nach den alternativen wobei ich da nicht viele gehabt wer ihn einmal gehört hat will ihn nicht mehr hergeben weil alles andere einfach seinen reiz verloren hat ist das können jetzt natürlich sagen ist leicht zu sagen wenn du ihn ja von sender also bekommen hast aber wie schon gesagt ich war so kurz davor den zu kaufen was für mich allerdings keinen sinn gegeben hätte ich habe gerade so viel geld eben durch meine verletzung verloren durch das ziemlich gekauft hat durch so viele sachen und ich brauche kein kopfhörer eigentlich mehr sicherlich nicht und in ihr benutze ich eigentlich nicht so oft aber jetzt wo es wetter besser ist jetzt gehe ich dadurch auch deutlich öfter raus hat im prinzip macht sich das geld auch wieder bezahlt wenn man es denn investieren hätte aber ja okay weiter geht's mit den alternativen da habe ich nicht wirklich viel weil ich nicht wirklich viel teurer getestet habe viele gehört aber halt nicht hier gehabt der bis dato eben beste war der bei der mixe lento ich weiß nicht was der mittlerweile kostet in der war das weiß ich habe ich ab zu 1000 euro hatte halt den vorteil also weil es geht wobei das sind ja im prinzip wenn ich mich nicht täusche m&cx anschlüsse gibt es bestimmt aber alles adapter für wobei ich sogar eins probieren werde ich bekomme die er 100 noch die haben wir das bluetooth adapter vielleicht geht es weil der auch ohrmügel hat mal sehen egal lassen wir mal außen vor aber auch wenn der excelente wirklich schön war der war halt auch wieder wie dieser e 900 teilweise so ein bisschen zu analytisch steril natürlich auch deutlich noch mal höheren niveau klang der mir einfach ein bisschen zu clean um mir dieses gewisse etwas zu geben der ihm hat so ein bisschen dieser eigencharakter gefehlt der war halt wirklich nur rein klanglich perfekt aber wenn es zu perfekt ist zu perfekt gibt es eigentlich wahrscheinlich auch denn dann fehlt so wieder irgendwas zu bestimmtes und der war zwar billiger klang ich auch super aber es war kein e 900 ist nicht sorry also der hatte vorzüge aber günstiger und so weiter aber wenn ich schon 7 800 euro von excelente dann so hart wie es klingt dann habe ich noch mal probleme das 500 drauf und hol mir den andere alternativen habe ich nicht wie schon gesagt ich habe kämpfei audio getestet ich habe ein paar final audio getestet und so weiter aber der einzige kopfhörer damals auf der messe der mich wirklich überzeugt hat das war allerdings blöderweise prototyp und der klang super der hatte die 34.000 euro dinge meiner mal nach in den schatten gestellt natürlich aufgrund von 10 15 minuten testen jetzt schwer zu sagen aber im direkten vergleich hatte der gleich dieses gewisse etwas problem ist halt ich habe nie erfahren wie das ding wenn es dann mal rausgekommen wer hieß was er wirklich kostet habe ich gefragt was wird der kosten hieß es ist schätzt doch mal da habe ich eben im vergleich zu allen anderen so 2000 geschätzt da hieß es ja nicht schlecht er kann es mir noch nicht sagen ich weiß nicht wirklich was daraus geworden ist der klang nicht schlecht aber auch der wäre teurer gewesen wie die ganzen anderen von 64 audio und so weiter die ich getestet habe wo ich mir gedacht habe 16 treiber teilweise 64 also 32 pro ding oder keine ahnung was da alles versprochen wird aber da aufgrund so vieler treiber die haben und harmonie hinzubekommen dass die hier mit einem schaffen wo es eigentlich dann natürlich auch limits gibt weil dadurch dass er das komplette spektrum mit nur einem abdecken wollt sagt man der kann ja dann nicht alles gut man muss dann fokus legen auf bass oder auf höhen sondern als er hat es geschafft keine ahnung wie interessiert mich auch nicht aber geil wer allerdings sagt 1300 sorry ist mir zu viel also ihr könnt echt problemlos den i300 greifen komfort ist im prinzip nahezu der gleiche auch das kabel und weiter ihr könnt ihr die balance kabel glaube ich nachkaufen sind ja die gleichen aber ihr bekommt ja auch sehr sehr viel klang aber was ihr halt hier nicht bekommt also bei dem i300 es ist die räumlichkeit es ist einfach noch mal die kontur diese natürlichkeit dieses sterile was der halt hat im vergleich zum i900 dem fehlte dieses bisschen eigencharakter also sehr sehr schöner top kopfhörer für das geld und ich habe gerade noch einen anderen test für 350 wo lächerlich im vergleich zu dem i300 klingt aber wenn ihr euch sagt also einmal und nie wieder dann kauft den weil es ist immer auch die sache ich finde es ist ich weiche jetzt mal ein bisschen ab von dem video ein bisschen schade sennheiser falls es nicht mitbekommen wurde er jetzt verkauft an sonova oder so was ich weiß nicht so ein schweizer hörgerätehersteller für 200 millionen und im prinzip übernehmen die sennheiser ich hoffe mal dass das also weil die auch den markt übernehmen dass das so noch irgendwie weiter wobei es mir auch auf einer hat egal sein könnte weil ich wüsste nicht wie man dennoch verbessern kann nächste stufe wäre dann glaube ich schon ins hirn direkt einpflanzen und wenn ich momentan einen klang verpflanzt haben will dann wäre es der i900 was will ich sonst noch daran verbessern einfach so genial müsste ich allerdings noch kurz eine sache erwähnen die ich bei einem video letzten bei einem test letztens genannt da hieß es dass das war glaubt ein test der i300 und da sagte man ja leider nicht mehr zeitgemäß mit kabel und das sieht man ja daran dass er also verkauft wird und ihr wisst ja was ich im i300 video gesagt habe zum thema es müsste eigentlich wireless sein keine features und so wenn nicht guckt euch das video an urte und so weiter könnt ihr euch schon vorstellen so ein klang macht was ihr wollt vergesst werdet ihr nicht wireless hinbekommen rein theoretisch wäre es möglich weil im prinzip ist die kombo hier ja auch nicht wireless sie hatten kabel aber im prinzip ist es auch bluetooth und bluetooth ist gut genug mit elder oder apet xt und so weiter um das übertragen aber aber ich habe noch kein high end bluetooth gesehen da so klingt und da habe ich dann kein problem kabel mitzuschleppen absolut nicht aber sowas von so das soll es gewesen sein nach halbe stunde habe ich sogar fast geschätzt habe ich glaube alles raus von mir und ja das eine highlight habe ich dieses jahr schon also dieses eine mega highlight und ja ich könnte noch viele teure in ios testen aber das problem ist jetzt frage ich mich wozu ich hoffe es hat euch gefallen es war nicht zu lang falls eingeschlafen seid vielleicht nicht dann noch vielleicht like und abo kommentar wäre ganz nett und